Ich werde erst anfangen mit der Hauptstadt von Lima. Für viele Leute nicht so interessant. Also ich komme aus Lima und ich finde, dass Lima viel zu anbieten hat. Heutzutage sehr, sehr bekannt für ihre Gastronomie. Also weil Peru so vielfältig ist, haben wir ja verschiedene Produkte. Also nicht so viele Leute wissen zum Beispiel, dass die Kartoffeln ursprünglich aus Peru sind. Wir haben in Peru 3000 verschiedene Kartoffeln. Es gibt in Cusco zum Beispiel ein Museum, wo man das besichtigen kann. Und ich habe heute also Blaukartoffeln, Chips mitgebracht, dass sie das probieren. Also wir haben rote Kartoffeln, gelbe Kartoffeln, Papamaria, sehr lecker. Ja, verschiedene Sorten. So, das ist unsere Hauptstadt Lima. Also Lima ist die einzige Hauptstadt in Südamerika.